Heute sprechen wir über die besten Espresso-Maschinen. Für weitere Informationen zu den Produkten habe ich links in das Beschreibungsfeld unten aufgenommen. Hier präsentieren wir die besten Espresso-Maschinen. Lass uns anfangen. Liste zu starten Nummer 5. Die AI-Cook Espresso-Maschine hat eine Leistung von 1050 W und einen Druck von 15 Bar, so dass Sie morgens oder abends mühelos eine Tasse Espresso genießen können. Auch dieses Modell ist trendig gestaltet, so dass es in jeder Küche gut aussieht. Espresso zuzubereiten ist eine der grundlegendsten Aufgaben, die diese Espresso-Maschine problemlos bewältigen kann. Zur Bedienung des Gerätes dienen ein Drehregler und zwei Tasten. Für Latte- und Capuccino-Liebhaber gibt es eine spezielle Dampfdiese. Die in Sekundenschnelle den luftigen, hohen Milchschaum erzeugt. Die Gastro-Back-Espresso-Maschine ist aus Edelstahl gefertigt und hat ein modernes T-Sicht. Da die Espresso-Maschine eine Leistung von 1250 W hat, kocht das Wasser schnell auf. Es liefert auch Wasser unter einem Druck von 15 Bar. Dies verstärkt den Geschmack und das Aroma des Kaffees. Die Wassertemperatur wird automatisch angepasst. Das Wasser im System stagniert nicht, wenn der Kochvorgang abgeschlossen ist, was die Espresso-Maschine robust und zuverlässig macht. Der Thermoblück der Espresso-Maschine ist sehr gut gegen Kalk geschützt. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3 Diese Delunghi-Espresso-Maschine ist aus einem satten Rot mit Chromacenten gefertigt und hat ein exquisites Aussehen. Auch die Oberfläche des Gehäuses ist matt. Ja, dieses Modell ist kompakt, erfüllt aber auch eine Vielzahl von Aufgaben. Je nach Vorliebe können Sie mit dieser Espresso-Maschine verschiedene Kaffeegetränke zubereiten. Sowohl gemahlene Kaffee- als auch Kaffee-Parts können problemlos in einer guten Espresso-Maschine verwendet werden. Das Modell verfügt außerdem über eine Capuccino-Funktion sowie eine Dampfgüse zum Aufschäumen von Milch. Dadurch ist es einfach, einen Latte oder Capuccino mit einem dicken Milchschaum zuzubereiten. Nummer 2 Schauen Sie sich die halbautomatische Espresso-Maschine von Krups an, die einen Siebträger enthält. Dieses Gartget hat eine Leistung von 1460 W und einen Druck von 15 Bar. Diese Siebträger-Maschine ist aus Metall mit schwarzen Kunststoffteilen gebaut und hat ein schönes Aussehen. Die Espresso-Maschine ist auch klein genug, um in einen kleinen Raum zu passen. Die Breite dieser Maschine beträgt knapp 14,3 cm mit gefaltetem Capuccino-Atore. So passt es wunderbar in eine kleine Küche. Es ist auch erwähnenswert, dass die Krups-Kompakt-Espresso-Maschine die proprietäre Tamping-System-Technologie verwendet. Und die Nummer 1 unserer Liste, die Dallung-Hier-Espresso-Maschine ist ein Vollautomat, der über einen längeren Zeitraum Espresso zubereiten kann. Dies ist auch eine großartige Option für diejenigen, die keinen Tag ohne eine Tasse durftenden Espresso auskommen können. Dieser Typ hat eine hohe Leistung 1450 W, die das Wasser schnell auf die erforderliche Temperatur erhitzt. Sie können die Temperatur manuell einstellen oder eben vorausprogrammieren. Diese Espresso-Maschine mit Malwerk produziert auch 15 Bar Druck, was sich hervorragend für die Herstellung von aromatischem Espresso eignet. Dieses Gerät hat auch die Fähigkeit, die Wasserhärte zu ändern. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke fürs Zuschauen, abonnieren unseren YouTube-Kanal.